So, der Roadtrip beginnt. Prost. Alexander am Start. Wie ist das so, mit mir daily zu Gange zu sein? Voll geil. Tiefenentspannt. So, was machen wir eigentlich heute? Wir fahren zu einem erzgenialen Videodrehort-Studio und werden dann da eine neue Werbekampagne drehen. Die begleiten wir heute mal mit diesem neuen Kamera-Vibe hier. So, wir legen heute los mit, wie viel ist mein Outfit wert? Heute, also hier, die Weste ist Aurelien. Ich glaube 650 oder so. Die Hose ist, glaube ich, Tremorossa. Ich glaube, ungefähr 300 Euro Schuhe von Dior, die ihr hier sehen könnt. Dann natürlich auch meine üblichen, verdächtigen Laptop-Taschen von Louis Vuitton. Was kostet eine Louis Vuitton-Tasche? Eine 2K oder so? Ja, die müssen bei 2K an. Und heute die Rolex Submariner Hulk Green. Anniversary. So, was noch? Gürtel. Hermes. Müsst ihr mir einfach glauben. Ich werde die Kamera jetzt nicht dort hinrichten. Und, ja. Auto. AMG GLE. S63, genau. Was kostet ein GLE S63? Ich bin auch voll raus. Ich bin voll raus. Da muss AMG draufstehen, das ist cool. Ja, wenn da AMG draufsteht, ist es per Definition ziemlich geil. Und gibt ja auch viel Respekt an der Shisha-Bar. Wenn ich in Shisha-Bars noch hinfahren würde. Was immer weniger wird. Es wird weniger. Früher, als wir weniger erfolgreich waren. Also irgendwie so 200.000 Euro gemacht haben im Monat. Da waren wir öfter in Shisha-Bars. Und heute ist es irgendwie ein bisschen weniger geworden. Aber dafür besitzen wir heute Shisha-Bars. Das ist halt ein Unterschied. So, es wird Zeit für... Red Bull Sugar Free. Sponsored bei Red Bull. So, Freunde. Das ist der subtile Flex. Wenn das Grün richtig geil reinknallt. So. Wo sind wir jetzt? Hey! Hey! Na, ist klar? Einmal den Selfie-Style. Da ist mein Butler. Das will ich ja jetzt selbst. Alex, wie fühlt sich das an, wenn man ersetzt wird durch diese kleine Kamera? Eigentlich geil, weil ich kriege immer noch Geld. Okay. Touché. Noch. Das ist der neue Video-Style. Das ist der neue Video-Style. Ich muss das Auto noch machen. Eine Buddy-Cam. Eine Buddy-Cam. Hier trägt der Chef noch selbst. Hier trägt der Chef noch selbst. Ich hab mir einen Coffi. Ich hab mir einen Coffi. Ich hab mir einen Coffi. David ist dabei. Das ist ja crazy. Das sieht man normalerweise nie. David. Wo willst du? Das soll ich haben. Was geht ab? Ihr Lieben, da seid ihr ja wieder. So, hier ist der Steve. Na? Der neue Superstar. Hallo. Hier sind wir wieder. Wir haben schon einiges gedreht im Studio. Fast wie zu Hause. Du kannst kaum erwarten, gleich wieder eine Pizza zu bestellen. Jetzt geht's los, ihr Lieben. Schau mal. So sehe ich aus, wenn ich intellektuell bin. So sehe ich sympathisch aus. Intellektuell und asozial. Sympathisch und sweet. So Leute, jetzt haben wir die Chiquitas. Äpfel. Boah. Geil. Geil, Alter. Boah. Erdnüsse. Boah. Leute. Leute. Boah. Was? Das ist das Catering. Ist der doch crazy. Ist der doch absolut crazy. Er verwöhnt mich. Er verwöhnt mich so sehr. Ist doch krass. Ich drehe mich gerade hier so ein bisschen im Kreis. Habe ich das Gefühl. In meinem Leben. Die ganze Welt dreht sich um dich. Ja. Die ganze Welt dreht sich um mich. Hä? Ich würde es jetzt nicht sagen. Das ist so ultra krass. Check mal die Details von dem Tommy Hilfiger Shirt, der hat so den Burner. Boah. Der Nacken. Stirnackenkommando. Crazy product. Boah. Das Ohr, Junge. Hast du das gesehen? Ja. Da kommt ein Kragen. Nackenhaare. Boah. Krass. Ich habe Gänsehaut, wenn ich das sehe. Introducing Stefan Baulig. The era of empathy at Baulig Consulting is here. David Baulig auch wieder am Start. Hier werden die Millions gemacht. Sehr gut. Wie geht das? Ein multimillionär, der nicht eine Kaffeemaschine bedienen kann. Drücken Sie auf die Art, die Sie wollen. Und dann auf. Okay. Man sieht offensichtlich, dass ich einen Bachelor habe. Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich jetzt diese brutalen Schlappen hier. Ich habe zu Hause Gucci Schlappen, ich habe andere teure Schlappen, MS Schlappen. Aber keine Schlappen sind so gut wie hier diese. Was steht da? Fäschi. Fäschi. Die Fäschi Schlappen. Die haben, glaube ich, bestimmt, keine Ahnung, 5 Euro gekostet oder so. Aber die sind super bequem. Ich habe aber noch nicht mich getraut Crocs zu holen, obwohl das halt immer empfohlen wird vom Nikita. Der ist so oft dabei, wir müssen bald mal anfangen, den Kollegen einzustellen. Nein, das ist so wack. Hättest du dich niemals gekleidet. Wir haben vor ein paar Tagen herausgefunden, dass Stefan selber auch bügeln kann. Wir können das nicht machen. Loves and Chauvinism. Ich kann auch ganz andere Sachen. Ich kann auch kochen, Wäsche machen, Staubsaugen, Rasen mähen, Hecke schneiden. Kannst doch bei mir anfangen als Haushälter. Wie ich schon gesagt habe, diese ganze Kampagne hat den Sinn, den Stefan Status zu verleihen. Dieser Vlog nimmt ihn gleich wieder weg. Das ist der Content. Wer macht denn eigentlich bessere Filme, du oder Daniel Slotin? Ich kann nichts über meinen Mentor Schlechtes sagen. I had 5 Mentors. Jeder hat seine Stärken. Das würde Daniel auch bestehen. Was sind denn deiner Meinung nach die Schwächen von Daniel Slotin? Catering. Andreas sagt Catering. Nein. Ich kann besser mit Stresssituationen umgehen. Aber dafür ist er perfektionistischer. Weißt du was ich finde? Ich finde, du bist ein loyalerer Typ. Es ist schwierig den Vibe hinzukriegen mit einem früheren Ausrichter mit Alex. Aber ich glaube das sah ungefähr so aus. Also ich kenne die A, B Bilder mit Andreas. Ne mit Einser-Kandidaten. Ich würde sagen passt, passt. Ich würde die hier noch ein bisschen so hoch machen. Die seitlichen Haare waren noch igliger. Hi, ich bin Andi Baulig. Wenn du als Coach, Trainer und Berater deine persönliche Freiheit haben willst, komm in die Gruppe. Und falls du ein Coach, ein Experte oder ein Dienstleister bist und mit deinem Angebot 10.000 Euro und mehr pro Monat verdienen willst, dann hör mir jetzt bitte ganz genau zu. Kannst du deinen Bruder eigentlich noch so ernst nehmen? Ja klar. Der ist aber auch ein Genius. Zurück in die Zukunft. Und das allergeiligste ist, mit dem Look, mit dem, mit dem Look habe ich damals schon 300k gemacht im Monat. Guckt wie hier jetzt aussieht. Guck mal. Vorher ist das in die Bubble. Das ist für Andi der einzige Keiner. Einfach der normale Andreas wieder zurück. David hat manchmal diesen Stromberg-Vibe, der einfach umsitzt und arbeitet in jeder Situation. Alex, ziehen wir mal bitte mal einen Kaffee. Jo. Gib mal die Kamera jetzt. Ich filme das jetzt hier, während du deinen Kaffee machst. Wie steuert man dieses Gerät? Man hält es eigentlich mit zwei Armen. Man macht die Kaffeemaschine. Ja. Das macht ihr den ganzen Tag. Das ist ja voll schwer. Und deswegen die nächste Gase erhöhen. Aber das erklärt, warum ihr alle so stabile Oberarme habt. Dann bist du da weg. Das lustige ist, da sieht ja keiner. Da sieht ja keiner, wie ich hier am... Das flüssige Bewegung. Da sieht ja keiner, wie ich hier gerade am... Und Action. So, das rief Benaptur. Ich bin froh, dass ihr alle es liebt. Da ist eine weitere Sache. Ich würde es euch zeigen. Zu sehr, den Applaus. So, das ist was wir haben. Und ich bin froh, dass ihr alle es liebt. Aber noch eine weitere Sache. Wenn du mit mir im Kreis gehst, sieht es so aus, als würde ich mich nicht bewegen, oder? Ja, ich schrie mich auch nicht. Der Hintergrund bewegt sich. Ja, der Hintergrund bewegt sich. Markus, kannst du abnehmen? Warum soll ich abnehmen? Ach so, das Bild abnehmen. Sorry. Ich will abnehmen. Also, für euch zu verstehen? Ja, aber stehen wir ein bisschen dominanter. To convincingly boost your sales and marketing, the Stefan-Model benefits from the identical engine generator as the Marcus-Model, providing it with significant reserves of energy. Wir haben alle guten Features unserer vorherigen Modellen genommen und verbesserten alle Segment, die verbessert werden könnte. Wir haben die Marketing-Knowledge von der alten 2016 Andreas-Model. Die Work-Ethik von der 2017 Markus-Model. Die Mass-Appeal von der 2018 Andreas-Model, die mit den glassesen. Und die Selbst-Control-Feature von der never-released 2019 David-Model, die unsere Engineers bei Baulig-Konsulting nennen, die Introvert-Model, um die Welt's dünnest und leichtest Baulig-Version zu kreieren. Stefan Baulig. Eure Abmoderation von dem Blog, die könnt ihr euch abschminken, genau wie ich jetzt gerade mein Gesicht. Also, wenn ihr viel Geld machen wollt als Coach, Trainer, Berater, Experte, geht auf www.adress-baulig.de, tragt euch eins am kostenlosen Erstgespräch. Wenn ihr ein Business starten wollt und eine Fähigkeit dafür braucht, www.business.de. Das wird geil. Viel Spaß dabei.